Reaction-Videos sind super populär auf YouTube. Es gibt viele Wege, um diese aufzunehmen, doch einen der einfachsten Wege, ohne die Videos nachträglich noch schneiden zu müssen, möchte ich euch hier und jetzt einmal zeigen. Die Seite, mit der das möglich ist, nennt sich StreamYard, die werde ich euch mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Hier haben wir die Möglichkeit, nicht nur einen Livestream zu starten, sondern auch Reaction-Videos professionell aufzunehmen. Dafür gehen wir einmal auf Wird aufgezeichnet, legen hier einen Titel fest, wie zum Beispiel Reactions, klicken auf Aufnahme erstellen. Anschließend müssen wir jetzt einmal hier unsere Geräte auswählen. Hier unter dem Reiter Einstellungen haben wir die Möglichkeit, diese Geräte hier nochmal auszuwählen, also hier unter Audio unser Mikrofon und unsere Lautsprecher und hier bei dem Punkt Kamera unsere Kamera. Wundert euch nicht, warum das hier so komisch aussieht. Das liegt daran, dass ich nebenbei auch noch mit OBS aufnehme und deswegen gibt es hier diesen kleinen Anzeigefehler. Gut, darum soll es aber nicht gehen. Habt ihr das alles ausgewählt, legt ihr hier einmal euren Namen fest und dann klickt ihr hier auf Studio betreten. So, und in diesem Studio bekommen wir jetzt hier auch so eine kleine Einführung. Die brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht. Und unten links finde ich jetzt hier meine Kamera. Und diese Kamera, die kann ich jetzt hier zu der Bühne hinzufügen. Und siehe da, ich habe mich hier schon mal eingefügt. Um das Reaction-Video hinzuzufügen, gehe ich auf Präsentieren. Dann einmal auf Bildschirm teilen. Hier kann ich dann entweder einen Tab, ein Fenster oder einen ganzen Bildschirm auswählen. In meinem Fall würde ich jetzt hier meinen zweiten Bildschirm nehmen, würde das dann einmal hinzufügen. Und siehe da, jetzt bin ich links auf der Seite und die Reaction ist rechts auf der Seite. Das wirklich Spannende an dieser Seite ist folgendes, dass wir hier unten viele verschiedene Ansichtsmöglichkeiten haben. So kann ich dann zum Beispiel sagen, dass ich hier links auf der Seite zu sehen sein möchte und das Video etwas kleiner rechts oder anders wiederum ich im Fullscreen oder auch das Video im Fullscreen bzw. ich unten links klein in der Ecke. Und das ist natürlich super genial, denn ich habe hier die Möglichkeit mit einfachen Shortcuts hier immer wieder diese Szenarien zu wechseln und muss somit auch nie wieder meine Reaction-Videos bearbeiten. Wie kann ich das am besten tun? Ganz einfach, wenn ihr einen Stream Deck besitzt, habt ihr die Möglichkeit hier einfach den Shortcut zu hinterlegen und so könnt ihr dann zum Beispiel hier mit der Tastenkombination Shift und 5, die ihr dann auf die Taste festlegt, einmal hier zu diesem Overlay wechseln und zu einem anderen Overlay könnt ihr dann hier zum Beispiel mit Shift und 2 wechseln. Diese ganzen Shortcut-Befehle kann man natürlich auch noch nachträglich einstellen. Dafür geht ihr einmal hier unten auf Einstellungen drauf und hier bei dem Reiter Hotkeys habt ihr die Möglichkeit, diese ganzen Shortcuts auch noch individuell festzulegen. Was man hier auch tun kann, ist folgendes. Ich könnte jetzt auch noch eine zweite Kamera hinzufügen und somit können dann gleich zwei Leute auf ein Video reagieren. Das seht ihr hier unten an den Symbolen. Da seht ihr auch zum Teil so zwei Männchen und das bedeutet, dass man hier zwei Kameras einfügen kann. Rechts auf der Seite finde ich dann auch noch weitere Einstellungen. So kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich hier unten links diesen Anzeigenamen nicht haben möchte, dass ich diesen einfach hier einmal ausblende. So und sonst habe ich hier bei den Standard-Kameraformaten auch noch die Möglichkeit, hier andere Kameraformate auszuwählen. Hier bei dem Logo ist das so, dass man leider bei der kostenlosen Version immer wieder das Logo oben rechts mit dabei hat. Möchte man das Logo entfernen, kann man da einmal draufklicken und dann kann man mehr darüber erfahren, wie man denn hier das Logo entfernen kann, indem man hier zum Beispiel 18 Euro monatlich bezahlt. Und gerade wenn man viele Reaction-Videos aufnimmt, ist dieses Software natürlich eine wunderbare Lösung, damit man die Videos nicht immer wieder nachträglich schneiden muss. Auch ganz spannend sind hier unten die Hintergründe. Da haben wir die Möglichkeit, einen gewissen Hintergrund auszuwählen. Das seht ihr schon. Hier sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen cooler aus. Wir haben auch die Möglichkeit, ein eigenes Bild hochzuladen und wir können sogar Hintergrundmusik laufen lassen, wenn ihr das auch wirklich haben möchtet. So, wie kann ich aber nun dieses Video aufnehmen? Indem ich hier oben rechts einmal auf Aufnehmen draufklicke, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, diese Reaction hier aufzunehmen. Und sobald ich dann die Aufnahme beendet habe, klicke ich einmal hier auf Aufnahme beenden drauf. Und somit habe ich dann nachträglich die Möglichkeit, dieses Video hier einmal hier herunterzuladen, um das dann auf YouTube direkt hochzuladen. Wenn du wissen möchtest, wie man direkt auf YouTube Werbung schalten kann, um noch mehr Reichweite zu generieren, dann schau dir mal unbedingt hier auf der Seite das Video an und glaub mir, es ist wirklich super einfach zu verstehen.